Die aktuelle Marktphase war insbesondere für die Altcoin-Halter sehr anstrengend, dennoch bieten genau solche Optionen und solche Tage die besten Einkaufsgelegenheiten. Und wie wir alle wissen, der langfristige Investor kauft sich am liebsten ein, wenn der gesamte Markt rot ist. Und im gestrigen Video habe ich es auch schon erwähnt, die meisten Altcoins sind mit einem massiven Sale gesegnet. Und deswegen zeige ich dir, warum ich welche Altcoins akkumuliert habe und gehe auf die Gründe ein, bloß noch auf ein paar weitere Faktoren. Und somit auch erstmal ein recht herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal Tekken Crypto. Freut mich, dass auch du heute wieder mit dabei bist. Der Fahrplan sollte klar sein, falls du mir noch etwas kostenlos zurückgeben möchtest, lass mir sehr, sehr gerne ein Like da und auch gerne etwas Nettes in die Kommentare schreiben. Somit hilfst du es dem Algorithmus, es an weiteren Personen auszutragen. Und meine Freunde, ihr hattet mich innerhalb der letzten Videos auf ein paar reißerische Titel drauf hingewiesen. Und auch wenn ich fand, dass es thematisch eigentlich zum Video gepasst hat, werde ich in den künftigen Videos auf jeden Fall drauf achten. Denn bei mir steht weiterhin der Content und der Mehrwert an oberster Stelle. Das heißt, falls ihr mich auch auf diesem Weg unterstützt, dann können wir das als Community gemeinsam anpacken. Ansonsten starten wir aber auch gleich mal rein nach dem Disclaimer. Kommen wir erstmal zu den Gründen des Kaufes. Warum habe ich mich jetzt auf die Altcoins fokussiert? Diese wurden massiv abgestraft. Ich denke mal, das sieht man hier anhand der Watchlist. Extrem viele rote Zahlen, minus 71% und so weiter. Und das die Reihe weg. Somit bietet uns der Markt die Möglichkeit und die Chance, in sehr starke Projekte endlich wieder günstig einzusteigen. Da die breite Masse so oder so komplett abstinent ist. Das heißt, die ist nicht vorhanden. Aber auch alteingesessene Krypto-Enthusiasten bekommen hier und da mal Panik bei den ein oder anderen Altcoins. Und auch wenn wir uns zur Zeit in einer sehr starken Bitcoin-Season befinden, das bedeutet, dass sehr, sehr wenige Altcoins innerhalb der Top 50 in 90 Tagen den Bitcoin outperformt haben und die meisten Altcoins hier deutlich, deutlich weiter zurückliegen, bietet uns sowas die besten Chancen, günstig in die Altcoins einzusteigen. Denn wie ich das auch immer in den Videos gesagt habe, die Altcoinsaison wird kommen. Es ist ein stetiges Auf und Ab. Und diesen Chart sollte man auf jeden Fall antizyklisch betrachten. Wenn Bitcoin-Saison ist, dann kaufen wir die Altcoins. Und wenn die Altcoin-Saison ist, dann wird es Zeit, die Altcoins zu verkaufen und langfristig auch mal wieder in den Bitcoin zu positionieren beispielsweise. Und da der Markt immer in Zyklen agiert, wird es auch eine Altcoin-Saison beziehungsweise auch eine Altcoin-Rotation geben. Das heißt, dass das Geld von dem Bitcoin in Ethereum wandert, von Ethereum in die Large Caps und danach auch in die kleinen Micro Caps beispielsweise. Und wie gesagt, diese ruhigen Phasen in der aktuellen Zeit, in dem Sommerloch sollten wir auf jeden Fall nutzen. Wir sind nämlich schon ganze 120 Tage in einer Seitwärtsphase. Und hier habe ich euch einen Altcoin-Chart mitgebracht. Das heißt, der komplette Kryptomarkt ohne Bitcoin und ohne Ethereum. Und hier sind wir ganze 86% Anstieg von dem letzten Allzeithoch entfernt. Das heißt, wir sind noch nicht mal auf den alten Niveaus des Volumens, der Market Cap her, wo wir beim 21er Top waren. Und da können wir auf jeden Fall noch einiges erwarten. Und den ersten Altcoin, den ich mir akkumuliert habe, das sollte bestimmt einigen tatsächlich auch bekannt sein, ist Bitensor Tau. Wir sind jetzt auf Rang 55 mit einer Market Cap von 1,9 Milliarden US-Dollarn. Zu der Kryptowährung muss ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Die begleitet uns tatsächlich schon über ein ganzes Jahr. Damals gab es ja auch schon zu 40 US-Dollar zu kaufen. Diese Zeiten sind jetzt aber sehr, sehr wahrscheinlich vorbei. Was aber auch gar kein Problem ist. Es ist eine dezentrale AI-Kryptowährung, mitunter die beste im Game, mit einer unglaublich starken Technologie, per Launch Bitcoin Tokenomics und mit Subnetzen, was als diverses Produkt verstanden werden kann, was zu Bitensor Tau gehört, beziehungsweise wovon Tau auch profitiert. Starke Staking, starke Community und ebenfalls recht stark abgestraft, seit dem Allzeithoch 63% gefallen. Und obwohl ich einen niedrigeren Dollar Cost Average habe, das heißt, dass ich eben auch schon deutlich günstigere Einstiegszeitpunkte hatte, bin ich gewillt hier nachzukaufen. Und ich finde persönlich, das ist auch schon ein Indikator, der einem sagt, hey, die Kryptowährung hat wirklich was drauf. Und der ebenfalls sagt, hey, ich bin wirklich überzeugt von dem Projekt. Denn zum aktuellen Zeitpunkt geht es ja darum, so gut wie möglich die Gewinne mitzunehmen, was erstens mit dem Risikoverhältnis übereinstimmt, aber auch zweitens preislich. Das heißt, wie viel kannst du denn hier noch an X erwarten? Und Bitensor bietet mir persönlich eine recht gute Sicherheit, da wir eben auch Staking haben, da wir von der Technologie her so stark sind. Im gestrigen Video haben wir auch gezeigt, dass die Listings weiter und weiter gehen, was für ein Proof-of-Work-Projekt gar nicht mal so einfach ist. Oder aber auch DCG, die diese Kryptowährung immer ein bisschen subtil pushen, Barry Silbert und viele, viele weitere. Also ein Projekt, das wirklich was vorzuweisen hat. Und dementsprechend ist dieser Chart hier wirklich ein Segen. Zudem bedienen wir die AI-Narrative. Das ist eh somit die krasseste Narrative, die wir hier in diesem Bullrun erwarten können. Und ich persönlich halte viel davon, in starke Kryptowährungen einzusteigen, aber zu Trendwendebereichen, beziehungsweise wenn wir hier wirklich stark korrigiert sind. Denn somit kann man wirklich nutzenmaximierend agieren. Diese Kryptowährung habe ich auf Maxi gekauft, ebenso wie die anderen zwei Altcoins, die man tatsächlich nur auf Maxi kaufen kann. Also falls du Interesse an den Kryptowährungen haben solltest, oder nach einer passenden Börse suchst, check gerne mal Maxi unten in der Videobeschreibung aus. Somit sparst du auch 10% lebenslang auf die jetzt schon niedrigen Gebühren. Wir sehen es ja Spotmaker-Gebühr 0,1% Taker-Gebühr und ebenfalls bei Futures 0,01% Futures-Taker-Gebühr. Das sind die niedrigsten Gebühren im Game bei komplett jeder Plattform. Also wirklich eine Top-Börse. Somit hätten wir den Sicherheitsaspekt abgehakt. Und dementsprechend haben wir uns jetzt riskantere Kryptowährungen rausgesucht, die deutlich mehr X-Potenzial haben, aber ebenfalls auch mehr Risiko. Und hier muss ich gleich vorab sagen, erwartet eine sehr hohe Volatilität. Wir haben hier ein recht geringes Trading-Volumen, da wir auch so gut wie gar keine Börse gelistet sind. Beispielsweise auch hier Maxi, wie gesagt, die einzige Börse. Facturn, diese Kryptowährung sollte bestimmt einigen auch ein Begriff sein. Market Cap von gerade einmal 12 Millionen US-Dollar. Wir haben ein Coinbase Community Fund. Dieses Projekt habe ich auch vor zwei Monaten vorgestellt. Es ist eine Layer 1 mit einem uniken Use Case, beziehungsweise auch mit einer First Mover Advantage im Bereich der Faktorisation, was beispielsweise bei Healthcare verwendet wird, aber ebenfalls auch in der Mathematik, in der Wissenschaft und auch bei der Cyber Security. Also sehr viele Use Cases, Proof of Work, Querlaunch. Also da stimmt wirklich extrem vieles. Und hier ist man meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr früh dabei. Die Kryptowährung ist auch sehr gut wieder abgestraft worden. Von dem Allzeithoch, was bei 108 US-Dollar lag, innerhalb von vier Monaten ganze 80% gefallen. Und insbesondere diese Preise sind wirklich langfristig unfassbar stark. Ich habe auch schon zu 32, 33 US-Dollar nachgekauft. Ich habe aber auch schon zu 19 US-Dollar nachgekauft und zu genau diesen Preisen. Und wenn wir uns einfach mal verinnerlichen, dass ein 100x diese Kryptowährung zu etwas mehr als einer Milliarde Market Cap pushen würde, da ist wirklich viel möglich. Ich sage natürlich nicht, dass es eine Garantie gibt, dass die Kryptowährung hier explodiert, aber das Chancen-Risiko-Verhältnis ist meiner Meinung nach da. Da factoren, obwohl diese Kryptowährung so klein ist, sehr viele Boxen checkt. Und gehen wir zur letzten Kryptowährung. Ebenfalls eine Micro Cap. Wir sind auf einer Market Cap von 40 Millionen. Commun AI, ursprünglich ein Tao-Fork, sollte aber als ein neues Produkt betrachtet werden. Ebenfalls Subnetze vereint sozusagen die guten Sachen von Bitensor. Nur halt hier eben als ein etwas anderes Projekt. Mit einer geringeren Market Cap, mit einem unfassbar starken Staking. Dazu wird auch noch ein Deep Dive kommen. Ich versuche es bis spätestens zum Sonntag hochzuladen. Diese Kryptowährung wurde massivst abgestraft. Und wenn ich sage, dass sie massivst abgestraft wurde, dann meine ich das. Wir sind von 4 US-Dollar, vom Februar bis runter, auf tatsächlich, wir sehen es hier, unter 20 US-Dollar Cent gefallen. Das war vor fünf Tagen und hat sich wirklich angefühlt wie eine bodenlose Fallengrube. Aber die Community dahinter ist unfassbar stark. Volumen ist niedrig, da können wir wirklich nicht viel dagegen argumentieren. Einige haben sich beschwert in Bezug auf die Circulating Supply, dass es auch eine recht hohe Inflation hat. Da sollte ein Proposal online kommen, die das Ganze maximal minimiert. Also die Emissionen um die Hälfte senkt. Und da müssen wir uns vorstellen, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt wirklich günstig unterwegs sind. Und das Projekt ist ja gewillt, hier weiter Gas zu geben und sich selber zu verbessern, zu optimieren. Und falls diese Proposals durchgehen, könnte das unfassbar bullish sein. Wie gesagt, auch hier wieder die AI-Narrative, Proof of Work. Auch hier haben wir eigentlich nur Maxi als Börse, der man vertrauen kann. Neben natürlich Uniswap. Weil für mich fühlt sich das an wie eine Gelegenheit, hier nochmal extrem günstig zu akkumulieren. Und die Kryptowährung ist meiner Meinung nach alles andere als tot, wie es manche meinen wollen. Listings werden ebenfalls anstehen, aber mehr möchte ich eigentlich dazu auch nicht sagen, da ich wie gesagt plane, auch eine Krypto-Vorstellung im Rahmen des 20.000 Abonnenten-Specials hochzuladen. Die haben wir auch vor kurzem erreicht. Und da sehen wir es. Drei Kryptowährungen akkumuliert, nicht mehr, nicht weniger. Dafür aber eine etwas höhere Allokation in den Investments, die ich getätigt habe. Das heißt, ich habe doch schon eine gute Stange Geld in die Hand genommen, aber eben nur in drei Kryptowährungen diversifiziert. Nicht in fünf, nicht in zehn, nicht in zwanzig. Das meinte ich auch innerhalb der letzten Videos. Meiner Meinung nach, es ist deutlich sinnvoller, sich auf einige wenige zu fokussieren, weil man so auch gewillt ist, dran zu bleiben, sein Research zu betreiben und die Kryptowährung deutlich besser versteht. Und dementsprechend bessere Einkaufsbereiche antizipieren kann und treffen kann, plus natürlich auch bessere Verkaufsbereiche treffen wird. Ansonsten hoffe ich, dass der Content dir gefallen hat. Und falls du noch kein Teil der Community bist, lass mir noch sehr, sehr gerne ein Abo da. Hier finden uns alles rund um das Thema Kryptowährungen, Altcoins, Marktupdates, Kryptovorstellungen, Rankings und vieles, vieles mehr. Ebenso schreibt mir gerne mal, wer hier bis zum Ende dran geblieben ist. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann auch schon ein bisschen zum nächsten Video. Peace out.